Ich bin an eine richtige Verschmandung und ich bin in Bisping angekommen und ich werde jetzt jemanden besuchen kommen. Und wenn ich dort gleich angekommen bin, dann wird erst mal Bier getrunken und ich werde heute dort auf den Garten pennen. So, ich bin angekommen und zwar bei Ihnen hier und wir werden erst mal erstes Bier trinken. Und guck mal, das hier, das ist aufgerissen. Das heißt, ich muss den schon wieder zusammennähen. Aber das mache ich mal anders. Ich habe jetzt gerade mal einen Schlafplatz aufgebaut. Ich bin eine richtige Verranzung. Ich bin eine richtige Verschmandung. Ich bin gesund. Gesundheit ist das Wichtigste. Ja, ich muss kacken. Gebrost. 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 Das spritzt genauso, wie wenn ich wieder zurück bin, meine Sperma. Ich habe ja keinen Schlafraum mehr. Ich bin über 40. Bei mir ist alles kaputt. Glaubt nichts, was junge Leute sagen. Ihr werdet alle so alt wie ich. Jetzt ist mein Bauch wieder aufgebläht. Eigentlich ist das Sixpack, aber der hat gerade falsche Konturen. Der hat wirklich falsche Konturen. Guten Morgen. Ich habe hier gepennt. Und guckt euch mal diesen ganzen Regen hier vorne an, der mich hier die ganze Zeit belästigen tut. Der klatscht hier die ganze Zeit von Tab drauf. Das ist richtig widerlich. Die lassen mich jetzt gerade nicht schlafen. Guck mal hier. Wie widerlich. Und zwar hier. Hier ist eine Pfütze. Das heißt, und hier sind auch ganz viele Tropfen und sowas. Das heißt, das hat mir von dort auf mein Kopf geregnet. Weil das hier, das ist mein Kopfkissen. Dieser Klamottensack. Aber jetzt ist dieser Regen vorbei. Und jetzt scheint die Sonne. Und das ist richtig geil. Der Frühstück wird vorbereitet. Sogar frittiert wird das vorbereitet. Mit Fett dran. Mit Fett. Mit richtigem Fett dran. Mit richtig verfettigten Fett dran. Ich bin mit diesem alten Mann im Team drin. Und wir müssen versuchen, mit diesem Ball da rein zu machen. Du musst ihn jetzt trinken. Als Belohnung. Jawohl. Endlich ein Treffer. Endlich könnt ihr saufen. Das wurde richtig Zeit. Das wurde richtig Zeit. Boah. Das war richtig widerlich. Das muss besser gehen. Das ist wieder ein Ding. So. Wir haben noch ein einziger Ding. Aber die da vorne, die haben noch fünf. Das muss getroffen werden. Ja, scheiß Wind. Das Team hat gewonnen. Wir sind zu besoffen dafür. Deswegen haben die gewonnen. Was? Der meinten andere Vibliere ab. Nein. Der kann mir erst alleine. Guck mal, Hansi. Ehm, mein Gehirnschwapptrum. Welche ist das da? Ja. Der ist richtig am drüben bewegen. Mein Gehirn ist da drinnen. Die Schastik sind fertig. Und ich bin eine richtige Persönlichkeitsunterentwicklung. Ich möchte euch unbedingt mein Gehirn zerteilen, damit ihr den fressen könnt. Der schmeckt wirklich gut. Guten Morgen. Mein Kopf schwappt rum. Und man wird hier von Spielüberzug belästigt. So, jetzt wird dieser Loch hier vorne, der mir auf der Hinreise aufgerissen ist, zusammengenäht. Ganz grob. Das ist richtig widerlich, dieser Loch. Dieser Loch, der nervt rum. Der muss geschlossen werden. Das ist immer noch ein widerlicher Loch. Ich habe gerade mein Loch hier zusammengenäht. Ähm, grob. Und jetzt werde ich diese ganzen Sachen, ähm, da rein machen. In dieser Tasche. So, die Sachen sind gepackt. Und mein Bus, der fährt gleich. Das heißt, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bus, zur Bushaltestelle. Damit ich gleich Bus fahren kann.